In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie als Admin in mPower Version 9.5 verschiedene Inhalte in der mPower Bibliothek speichern können. Die Vorgehensweise beim Speichern von Elementen ist grundsätzlich immer gleich. Zuerst wählen Sie das Element aus, das Sie in der mPower Bibliothek speichern möchten, dann klicken Sie im mPower Ribbon in der Gruppe Start auf den Split-Button Bibliothek und wählen dort Speichern. Nur beim Speichern einer kompletten Präsentation müssen nicht alle Inhaltsfolien vorher ausgewählt werden. In diesem Fall können Sie direkt über den Button Speichern die Option Präsentation auswählen. Da ich hier eine Folie ausgewählt habe, wähle ich Folie aus und bestätige meine Auswahl mit Speichern unter. Falls das Element, das Sie speichern wollen, bereits irgendwo in der Bibliothek gespeichert wurde, können Sie dieses Element durch einen Klick auf Überschreiben im Speicherdialog aktualisieren. Nachdem Sie Ihre Auswahl mit Speichern unter bestätigt haben, öffnet sich der Speicherdialog in einem neuen Fenster. Hier können Sie auswählen, an welchem Speicherort das Element abgelegt werden soll und auch direkt in diesem Fenster mit einem Rechtsklick in die freie Fläche eines Speicherorts neuer Ordner auswählen und einen neuen Ordner erstellen und benennen. Ich nutze hier beispielhaft die Benutzerbibliothek als Speicherort. Sie als Admin speichern in der Regel in die Unternehmensbibliothek oder die Corporate Design Vorlagen. Außerdem können Sie den Dateinamen festlegen und dem Element auch direkt einen Tag zu weisen, um das Suchen und Finden von Elementen zu vereinfachen. Weitere Informationen zum Verwenden von Tags finden Sie im Help Center und auf YouTube. Wenn Sie auf weitere Einstellungen klicken, stehen Ihnen weitere Optionen vor dem Speichern zur Verfügung. Dort können Sie zum Beispiel die Änderungserkennung aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden nur die Teile überschrieben, die sich auf der Folie geändert haben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Die zweite Option, die Sie hier auswählen können, ist die automatische Spracherkennung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt Empower die Sprachen der Elemente, die gespeichert werden, automatisch, wenn die entsprechende Sprache als Elementsprache im Customizing Center eingestellt wurde. Eine englische Folie mit Text wird demnach als englischsprachige Folie erkannt und ihr wird die englische Sprache zugewiesen. In der Bibliothek sehen Sie diese Sprachzuweisung durch ein Flaggen-Icon in der entsprechenden Sprache, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Folie navigieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu aktivieren. Bei mehrsprachigen Folien wird eine Sprache erkannt, wenn zwei Drittel des Inhalts in ein und derselben Sprache vorliegt. Nachdem Sie alle Einstellungen im Speicherdialog getroffen haben und den Speicherort Ihres Elements ausgewählt haben, können Sie das Speichern mit einem Klick auf Speichern bestätigen. Daraufhin wird das Element in die Bibliothek hochgeladen und Sie erhalten eine Benachrichtigung über den Status des Speichervorgangs vom Empower Sync. Sie können auch einzelne oder mehrere Objekte wie zum Beispiel Icons, Textelemente, Charts, Tabellen oder Bilder speichern. Wählen Sie dazu zuerst wie gewohnt das gewünschte Element wie zum Beispiel dieses Icon hier aus. Dann öffnen Sie wie zuvor den Speicherdialog und wählen in diesem Fall Einzelobjekt aus. Dann können Sie wie gewohnt den Speicherort wie zum Beispiel den passenden Bereich in den Corporate Design Vorlagen wählen und einen Dateinamen vergeben und die Eingabe mit Speichern bestätigen. Weitere Informationen zum Speichern der anderen Elementtypen finden Sie in unserem Tutorial zum Speichern von Inhalten für die Anwendenden. Wenn Sie einzelne oder mehrere Objekte in der Bibliothek speichern, zum Beispiel mehrere Formen, gibt es unter Weitere Einstellungen die Option Grauer Vorschaubild Hintergrund, welche dem Element einen grauen Hintergrund in der Vorschau in der Empower Bibliothek verleiht. Dadurch können Sie die Vorschau des Elements gegebenenfalls besser in der Bibliothek erkennen. Beim Speichern eines Elements, das bereits in der Empower Bibliothek und Teil eines Update-Verbunds ist, können Sie auch das Update-Verhalten definieren. Um mehrere Folien auf einmal hochzuladen, markieren Sie alle gewünschten Folien und wählen Sie im Speicherdialog Ausgewählte Folien aus. Die Folien werden dann mittels einem Speichervorgang als einzelne Elemente in der Bibliothek gespeichert. Die Benennung der Folien bzw. Elemente kann nicht bestimmt werden, wenn mehrere gleichzeitig abgespeichert werden. Die Option Folien-Set speichert ebenfalls alle Folien in der Bibliothek. Allerdings wird Ihnen in der Bibliothek nur die erste Folie angezeigt und Sie können in der Bibliothek auch nicht auf die einzelnen Folien zugreifen. Wenn Sie das Folien-Set in eine Präsentation einfügen, stehen Ihnen aber wieder alle Folien zur Verfügung. Diese Option bietet sich immer dann an, wenn es eine Gruppe von Folien gibt, die immer nur zusammen verwendet werden sollen. Mit dem Folien-Set verhindern Sie, dass ein Anwendender nur eine Folie des Sets zweckentfremdet benutzt. Bitte beachten Sie, Präsentationen müssen im PPTX, PPTM oder PPT-Format gespeichert werden, damit eine einwandfreie Funktionalität von Empower gewährleistet werden kann. Um einen neuen Master in der Bibliothek abzulegen, wählen Sie im Speicherdialog Master aus und klicken auf Speichern unter. Weitere Informationen zum Erstellen und Speichern eines Masters finden Sie im Help Center und auf YouTube. Alle Empower Elements müssen aus der Vollansicht der Bibliothek heruntergeladen werden und können dann umformatiert werden und werden dann wieder über den Speicherdialog und die korrekte Auswahl des Empower Elements überschrieben. Die Position auf der Folie, an der das Element beim Speichern platziert ist, ist auch die Position, an der das Element später wieder eingefügt wird, wenn der Anwendende es einfügt. Weitere Informationen zu den Empower Elements finden Sie im Help Center und auf YouTube. Testen Sie gerne gleich die Funktionen selbst aus und sparen Sie wertvolle Zeit. Falls Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.